Das Kampagnenforum ist darauf spezialisiert, Umweltthemen und soziale Themen für unsere Kunden in die Massenmedien zu bringen. Ein gutes Beispiel dafür war die Weckeraktion, die wir für Greenpeace ausgeheckt und durchgeführt haben. Da haben wir allen Parlamentarierinnen der Bundesversammlung einen Wecker ins Bundeshaus geschickt. Und um 5.12 Uhr, während der Parlamentsdebatte, sind alle die Wecker abgegangen. Das hat eine ziemliche Aufregung gegeben, weil einer nach der anderen, nicht alle genau zeitgleich, sondern da einer, dort einer, haben sogar zu Sitzungsunterbrüchen geführt. Und das hat dann zufolge, dass wir natürlich die besten Bilder produziert haben, die es zu dem Thema gegeben hat. Und die sind dankbar von 10 vor 10 von der Tagesschau aufgenommen worden. Und haben die Berichterstattung zu dieser Klimadebatte unter dem Vorzeichen 5 vor 12 in nachhaltig geprägt. Nein, die haben die Bilder von dieser Aktion aufgenommen, weil sie einfach besser sind, wie die Bilder, die man sonst hat in einer Parlamentsdebatte. Wenn etwas Spezielles passiert, etwas Überraschendes, wenn es auch Reaktionen gibt von den Beteiligten, dann ist das als spannender, schöner zum Senden als eine normale Debatte. Und das haben wir da geliefert und entsprechend ist es dann aufgenommen worden. Die Berichterstattung Vielen Dank.